Herzlich Willkommen in unserer Show. Wir sind ein Vater und Sohn-Duo. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wer Vater ist und wer Sohn ist, braucht man nicht zu erklären. Dir kann nichts passieren. Wir sind Profis. Ich habe Hugga. Wir sind mitten in der Live-Show. Und du kommst jetzt an mit, du hast Hunger. Komm mit rein. Das ist die Wurz hier oben. Und er war so ein süßer, kleiner Junge. Und Jürgen, Jürgen, dein Käsebrötchen für mich. Und ich war der Strand. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe die Lösung. Ach, gut. Okay, bei dir. Zu fest draufbeißen. Letzte Mal ist das Gebiss mit rausgeflogen. Aber ich habe es gefangen. Ja. Hey. See you next, von mir. Letzte Mal ist. Du bist die Regie. Zeig, schaff. I. Bis estructural. Alles. να commissioniert. Vielen Dank.